Das ist die Verbesserte Variante des Asusiba Transformer Prime Hier ein verbessertes Antennendesign, dass hier der Empfang besser ist. Zudem haben wir ein Full HD Display, das heißt wir haben hier eine Auflösung von 1920x1080 und hier haben wir auch bereits Android Ice Chrome Sandwich installiert. Ihr seht hier, das läuft alles flüssig. Weiteres können wir hier auch mal kurz einen Film abspielen. Wir haben hier trotzdem ein super IPS Display, das heißt hohe Betrachtungswinkel. Okay, das ist jetzt nicht Full HD. Schauen wir, ob wir ein anderes finden. CS Demo. So. Seht hier, die Qualität ist hier wirklich gut. Okay, weitere Unterschiede und zwar vielleicht das, was die meisten freuen wird, wir haben hier auf einer Seite, auf dieser Seite einen SIM-Slot, wo man auch eine SIM-Karte hineingeben kann. Ansonsten hier ein MicroSD-Slot, MicroUSB, Mikrofon und hier ein Audio-Check und das war's. Okay, das war's. Mehr von Assoziator ePatch Transformer Primes findet ihr auf tabtech.de. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Das war's. Vielen Dank.